Der eiskalte Ozean ließ seine Trauer zu einem Eiszapfen gefrieren, der sein Herz durchbohrte. Die Last seines Scheiterns zerrte ihn auf den Meeresgrund. Jenseits der Zeit, in der Dunkelheit ertrinkend, sprach er ihren Namen. Beneschus, Ghosts of New Eden. Nimm doch mich, schrie er lautlos und verzweifelte kalten, stillen Wasser. Und auf der anderen Seite, er hörte etwas sein Flehen und streckte seine Finger nach ihm aus. Lass sie gehen. Nimm mich. Lass sie los. Musik 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 Ah, du bist wach. Wer seid ihr? Diejenige, die euch gerettet hat, sich tagelang um euch gekümmert hat, wochenlang vielleicht sogar. Wochenlang? Oh Gott. Was hab ich getan? Bevor ihr euch Vorwürfe macht, solltet ihr erst wieder zu Kräften kommen. Sie ist tot. Ja, deswegen seid ihr hier. Und das ist auch der Grund, warum ich gesendet wurde, um auf euch aufzupassen. Wer seid ihr? Eine Hexe gesund. Hexe? Eine Hexe. Man nennt mich Sika. Finde den Verbanner, befall meine Herren. Kümmere dich um ihn und beantworte seine Fragen. Dann lass ihn sein. Wie fühlt ihr euch? Spielt das eine Rolle? Natürlich spielt das eine Rolle. Es bedeutet, dass ihr lebt und dass ihr noch nicht aufgegeben habt. Ähm. Wer hat euch geschickt? Ihr Name ist Ceridin und meine Hände und Worte gehören ihr. Darüber hinaus müsst ihr euch um nichts sorgen. Ihr hättet mich sterben lassen sollen. Dass der sich das wünscht, ist irgendwo klar, weil er gesehen hat, wie seine Freundin gestorben ist. Ceridin, Sika. Diese kleine Sucherin, die euch bat, mich zu finden, ist sie vielleicht Schottin oder sowas? Sie heißt Ceridin. In ihrem Alter ist es nicht ein Ort, von dem sie stammt. Und ja, obwohl ich euch gefunden habe, sagte sie mir, wo ich suchen soll. Dieser Albtraum, wie er zu mir sprach. Er traf mich im Innersten. Dergleichen habe ich nie erlebt. Wenige haben das. Und noch weniger können noch darüber berichten. Was hat einen so mächtigen Geist hierher gelockt? Wer weiß das schon? Zweifelsohne etwas Schreckliches. Ein Freund sagte mir einst, das größte Unrecht gebiert die größte Wut. Er wollte uns wohl warnen. Ein unumstößliches Gesetz. Ihr habt weise Freunde. Was soll ich jetzt tun? Wie soll ich? Wie soll ich das allein schaffen? Ihr seid nicht allein. Habt Vertrauen. Ich würde euch mehr verraten, wenn Ceridin mehr gesagt hätte. Ihr müsst Vertrauen haben. Das ist nicht das, was ich wollte. Ja, was meint er jetzt damit? Vertrauen haben oder was? Äh. Das ist nicht, was ich wollte. Nicht so. Nicht ohne sie. Niemand bekommt, was er will. Man muss nehmen, was kommt. Und wenn man überlebt, verändert das alles. Ihr habt eine gehende, grimassenschneidende Leere in eurer Seele. Dabei handelt es sich um Liebe, nichts anderes. Diese Leere wird sich nicht füllen, denn die Liebe stirbt nicht. Gott, was hab ich getan? Es sieht doch so aus. Im Gegensatz zu den meisten bekommt ihr eine zweite Chance. Ich schlage vor, ihr ergreift sie. Warum helft ihr mir? Ich diene meiner Herrin. Sie befiehlt mir, euch zu helfen, also helfe ich euch. Ceridin sagt, dass die Mauer zwischen den Lebenden und den Toten bedroht wird. Daran habt ihr wohl euren Anteil. Das fällt auf mich zurück. Ich kann nicht folgen. Nun ja. Ich habe euch gefunden. Aber es ist euer Kummer, der euch verfolgt. Denn er will, dass ihr ihn spürt. Möglicherweise glaubt ihr, dass ihr mit den Geistern fertig seid, Wedd McWaith. Aber sie sind ganz sicher nicht fertig mit euch. Ich gehe jetzt. Ruht euch aus. Warum meine Herrin euch auch immer gerettet hat, sie hatte gute Gründe. Die besten. Wo geht ihr hin? Nach Hause zu Ceridin. Sie braucht mich. Wo werde ich euch finden? Sollte ich eure Hilfe brauchen? Sumpflande. Großes Sumpfgebiet auf der anderen Seite des Waldes. Nicht zu übersehen. Wir werden wissen, wenn ihr kommt. Dann wohl. Bis zu unserem nächsten Treffen. Exakt, Frau Banner. Und jetzt? Dreht euch um. Was? Ich breche auf. Passt so. Ja, Tod den Toten. Leichter gesagt als getan, würde ich sagen. Da blinkt doch irgendwas. Das Ende der Erde. Okay, Zunderpilz. Schon wieder der Ursprung des Verbanners. Seekers Nachricht. Verbander, wenn ihr dies liest, bedeutet das folgendes. Erstens, ihr seid intelligent genug, das Alphabet zu beherrschen. Zweitens, ihr konntet nicht widerstehen, meine Habseligkeiten zu durchwühlen. Drittens, ihr könnt euch nehmen, was ihr für nützlich erachtet, da meine Herrin euer Überleben wichtig ist. Wir werden uns schon bald wiedersehen. Bis dahin, gebt auf euch Acht. Seeker. Ja, wobei ich uns selber ja eigentlich auch als eine Art männliche Hexe ansehe. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber ich halte mich besser fern. Du bist ein Mensch. Dich sollte das eigentlich nicht betreffen, weil das wahrscheinlich böse Geisterband oder so. Oder es ist eine Art Schutzzauber, dass man nicht aufgefunden werden kann von den Geistern. So, Leder haben wir auch noch gefunden. Was ist das hier? Kann man nichts so machen, das ist einfach nur nicht. Ich vermute an einem Strand, wo sehr viele Geister sein werden, weil es mir wieder so nach einem, ja, ein bisschen von A nach B Spielchen aussieht. Dann flackert auch irgendwas. Und es wird breiter. Das heißt, in der Regel, dass irgendwas kommt. Ich will jetzt hier nicht so durchpreschen, damit ich jetzt nicht hier in irgendwas reinpresche. Aber sieht jetzt nicht so aus, als ob hier was kommt. Das ist wahrscheinlich so der Test, äh, wenn ich das schaffe und hier noch durchkomme, dann bin ich fit genug, um mich wieder mit den Geistern anzulegen. Verdammt. Was mache ich hier? Zugiger Fahrt. Okay. Uh, ich weiß, was wir hier machen. Wir sammeln erst mal was. Und wir werden wahrscheinlich auch gleich wieder ein Ritual machen müssen, wenn wir schon hier so viele Sachen sehen. Da oben leuchtet was. Das ist aber nur Feuer, oder? Komm ich da überhaupt hoch? Komm ich gar nicht hoch. Ja, ja, das war nur Feuer. Halt, euch kann ich doch noch eins nehmen, ne? Nieder Hyazinth. Sehr schön. Sonst war, glaube ich, keine hier. Okay. Hier ist auch nochmal was. Nein, nicht so weit. Wiesenkirbel. Ein Weg vorwärts suchen. Oh ja, müssen wir wirklich suchen. Muss ich eigentlich sprinten, oder reicht das, wenn ich glaube? Ich weiß es nicht. Oh oh. Was ist das in der Leiste? Das heißt dann wohl, dass Gegner kommen. Okay, nicht jetzt, Kumpel. Nein, was ist jetzt? Die Bedrohungsanzeige weist auf Gegner hin, die außer Sichtweite sind. Die verschiedenen Farben zeigen Unterschiede. Rotgegner, der dich angreifen will. Orange im Anflug befindliches Geschoss. Grün. Geist, der einen Leichlärm übernehmen will. Lass mich hin und kam schauen, ihr Wolfgesindel. Nein. Du sollst es aufheben, Mann. Ich kämpfe mit Wölfen. Ich habe einen Fertigkeitspunkt erhalten. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich die einsetzen kann. Aber ich gucke gleich mal eben. Erstmal eben alles einsammeln wir. So, die sind ja tot. Die sollten ja grundprinzipiell nicht wieder zurückkommen. Mir macht nur da oben diese Anzeige ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Entwicklung. Da können wir nichts machen. Fortschrittsfenster. Achso, das ist von der Welt. Das sind die Sachen, die ich gesammelt habe. Du kannst dieses Menü vorerst nicht aufrufen. Ja, das sind doch nur die. Und bei... Ne, da komme ich zum Fotomodus und so weiter. Wie kann ich denn meine Fertigkeitspunkte einsetzen? Also wenn ihr das Spiel schon gespielt habt oder das sonst irgendwie wisst, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich bin immer verwirrt. Aber jetzt bin ich sehr verwirrt, weil ich halt nicht sehe, wo ich die einsetzen kann. Naja, die Hexe ist gegangen. Also das würde naheliegen, ne? Aber man muss dazu sagen, die Wülfe, naja, waren lebendig. Ist das hier noch irgendwas? Oh, ein Wolf? Und was ist... Ne, das soll auch ein Wolf sein, oder? Nein! Oh, Leute! Ich wollte da hochklettern. Wieso kann ich da nicht hochklettern? Alter, ist gut. Der ist schon tot. Oh, der aber noch nicht. Oh. Was passiert hier? Das ist ein Irrlicht. Da steht nur Anthea suchen. Das ist nicht Anthea. Das ist ein Irrlicht. Die will dich in die Irre führen. Wobei es ja zwei Varianten gibt, ne? Die eine Variante sagt ja, dass die Irrlichter, äh, Wandernde in die Irre geführt haben. In den Tod. Und die andere Variante sagt, dass, äh, dass gute Geister sind, die den Wanderern helfen. Wollen sie sowas immer machen, wenn man gerade was sagt, Mann? Das ist nicht wahr. Das darf nicht wahr sein. Sie hat doch gesagt, sie wird dich auch im Tod nicht in Ruhe lassen. Das wissen wir nicht, aber das versuchen wir auszufinden. Ihm tut es leid, aber sie war weg, ne? Also ihr mal die Schuld dafür zu geben, das ist nicht mehr innen, oder was? Nein, ich sag mal, im Endeffekt, schultert keiner. Jeder hat so gehandelt, wie er es musste. Geht doch hinter mir. Oh, Leute. Hinter mir ist auch immer einer, oder? Ach, ich wollte es den gerade umbauen. Hier, Liebste, ich bin hier. Du bist es. Nein, 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 nein Ich hab dich. Du hast mich. Komm her. Rett, geh nicht weg. Ich bin hier. Folg mir. Ich musste erstmal gucken, hier war gerade... Oh, nein. Darüber. Ich wollte sprinten, nicht angreifen. Du bist tot, Anthea. Wir können jetzt hier nicht rumshakern. Aber sieht schon cool aus irgendwie. Du solltest wissen. Ich bin hier. Wo bist du? Hinter dir. Wo bist du hin? Anthea! Okay, sie war hinter dir. Hallo? Anthea, fühl mich nicht ins Dunkel. Ich mag die Dunkelheit nicht. Da sind überall böse Geister. Du wirkst schwach. Brauchst du... Ruhe? Ich bin völlig leer. Mach dir keine Sorgen. Wie kann ich das nicht? Ich dachte, ich hätte dich für immer verloren. Nur um dich dann wieder zu finden. Und du hast Hunger. So könnte man es wohl ausdrücken. Ja. Was kann ich tun? Die Bibel von Charles. Die Kette, die seinen Geist gebunden hat. Es befindet sich etwas Essenz darauf. Für den Moment wird es mir genügen. Nein. Ah. Das hab ich gebraucht. Ich fühle mich besser. Sieh dich an. Sieh uns an. Ich weiß. Versteh mich nicht falsch. Ich bin froh, dass du hier bist. Wieder zurück. Wirklich. Die Lebenden sollten nichts mit den Toten zu schaffen haben. Das weiß ich seit meiner Kindheit und musste viel Lehrgeld dafür bezahlen. Das hast du mir nie erzählt. Was ist passiert? Das war vor einer halben Ewigkeit. Momentan spielt es aber keine Rolle. Wie fühlst du dich? Furchtbar. Und etwas ausführlicher? Wütend. Frustriert. Nutzlos. Wir sollten darüber reden, was passiert ist. Nach dem Gemeindezentrum, meine ich. Ja, ich bin ins Meer gestürzt. Genau. An was kannst du dich nach deinem Tod erinnern? Ich erinnere mich daran, wie plötzlich ich gestorben bin. Ansonst nichts. Danach folgte Lehre, Zeitlosigkeit, Hilflosigkeit. Dann hörte ich dich. Du hast meinen Namen gerufen. Und ich habe nach einem Weg zurückgesucht. Ich wachte in einer Höhle auf. Eine junge Frau namens Zika hatte mich gerettet. Eine Hexe in Ausbildung. Das erzählte sie mir voller Stolz. Ihre Herrin hatte ihr aufgetragen, mich zu versorgen. Hexen zeigen sich nur selten. Interessant, dass uns eine geholfen hat. Wir sollten davonlaufen. Genau. Alles nicht zu Ende bringen. Nicht dem Dorf helfen, dass von diesem Albtraum heimgesucht wird, der sogar deine Frau, ich glaube, diesen verheiratet, ne? Getötet hat. Kein Thema. Ich finde, wir sollten nach Nuidentown zurückkehren. Das finde ich auch. Um mich zu befreien, müssen wir meinen Körper befreien, glaube ich. Ich lehne es ab, so zu sein. Ich kann es nicht ertragen. Es tut mir so unendlich leid, Liebste. Wie kann ich helfen? Ich bin ein Geist. Du ein Verbanner. Ich werde dich nicht verbannen. Das kann ich nicht. Anthea! Ich habe dich sterben sehen. Das kannst du nicht von mir verlangen. Wenn ich es wollte, hättest du gar keine andere Wahl. Aber es ist nicht, was du willst, oder? Nicht, bevor ich Rache genommen habe. Nicht, bevor der Nachtmahl besiegt ist. Von dir und mir. Also, er kann sie aufsteigen lassen, ja. Behaupte ich jetzt mal. Weil, warum nicht? Sie ist ja eigentlich ein guter Mensch, indem sie den Leuten hilft. ins Leben zurückbringen. Interessante Frage. Könnte vielleicht sogar funktionieren. Mit der Hexe. Ich weiß es nicht. Du könntest es mir beibringen und ich könnte dich wiederbeleben. Red, das ist ein altes Ritual. Es erfordert viel Macht und Essenz. Jede Menge Essenz. Wir reden hier von Menschenopfern. Von Mord. Vielleicht könnten wir es dennoch in Betracht ziehen. Wenn es auch nur die geringste Möglichkeit gibt, dich zurückzubringen, würde ich sie ergreifen. Es ist ein finsteres Ritual, Red. Es führt einen in Versuchung. Und wenn ich daran denke, dich wieder zu umarmen, bin ich auch versucht. Könnte ich dich aufsteigen lassen? Das wäre die unkomplizierteste Lösung. Aber nicht die einfachste. Warum? Mein Körper ist meine Fessel. Und der gehört dem Nachtmarr. Im Gemeindezentrum, bevor er mich fallen ließ, hat er mich geradezu aufgefordert, zurückzukommen. Er ist so hinterlistig wie mächtig und wird hier nicht so einfach rausrücken. Was sollen wir dann tun? Wenn wir nach New Edentown zurückkehren wollen, müssen wir zunächst mehr über unseren Feind in Erfahrung bringen. Charles meinte, dass Nachtmare nicht ohne guten Grund in Erscheinung treten. Ja. Wir müssen ein Rätsel lösen, Hexen treffen, Menschen suchen und Fragen stellen. Und dann werde ich diese Welt mit deiner Hilfe verlassen. Du hast mein Wort. Ich schwöre es dir, Liebste. Ruh dich aus. Du hast es nötig. Ich bleibe in der Nähe. Uh, uh, was haben wir jetzt? Spektralsicht. Anthea kann Red ermöglichen, die Welt von der anderen Seite des Schleiers auszusehen. Und ätherische Elemente wie Spektralspuren oder spektralen Netze aufzudecken. Im Kampf kann an Thea besessenen Leichen mehr Schaden zufügen. Okay. Äh, die Spektralsichtmanifestation wurde nach dem Verzehr der Essenz, die Charles Fessel durchdrängte, freigeschaltet. Ach so, Charles Fessel, äh, dieses Buch, wovon wir geredet haben. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren. Und dann darfst du mich auch gerne abonnieren.